InterRamp ist einer von vier Angebotsschwerpunkten der InterAirport Europe. An die Hersteller von Fahrzeugen, zum Räumen, Enteisen und Reinigen der Startlande und Rollbahnen sowie allen übrigen Flugbetriebsflächen werden immer höhere Anforderungen gestellt. Es geht darum, im Winterdienst die Betriebsflächen komplett vom Schnee zu befreien. Da haben wir heute eigentlich ein großes Spektrum an Produkten, die wir anbieten können. Wir werden versuchen, das effizient, sehr schnell, sehr kostengünstig und auch für die Mitarbeiter in einer einfachen Form zu gestalten. Dabei spielt immer mehr die Multifunktionalität der Fahrzeuge eine Rolle. Die beiden Trends sind Multifunktionalität und Schnelligkeit. Multifunktional bedeutet, mit einem Fahrzeug Schnee zu räumen und im Sommer Rasenflächen zu mähen. Das ist äußerst wichtig. Das andere ist die hohe Geschwindigkeit. Das heißt, die Bürsten müssen sehr sauber und schnell sein. Diese Fahrzeuge müssen eine hohe Kraft- und Geschwindigkeitsleistung haben und solche speziellen Fahrzeuge haben wir. Schneeräumung, Glatteisbekämpfung, Enteisung von Flugzeugen – wichtige Bestandteile des Bereichs Ramp, der auch dafür sorgt, dass die Passagiere sicher und zügig an ihr Flugziel kommen. Gäste, die wir nicht haben, dass die Fahrzeuge sind. Die Fahrzeuge ist wichtig. Die Fahrzeuge sind wichtig. Die Fahrzeuge sind wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020